Hallo Menschen! Nachwachsende Rohstoffe haben einen entscheidenden Vorteil. Sie sind fast unendlich verfügbar. Aus Getreide kann man zum Beispiel immer wieder neues Brot herstellen. Und aus Wolle... Pullover. Oder schaut mal hier. Tetrapak, Getränkekartons. Auch die bestehen überwiegend aus einem nachwachsenden Rohstoff, nämlich Holz. Das macht sie besonders umweltfreundlich. Denn Zukunft hat nur... was nachwächst. Tetrapak.